Zu den Hauptnachrichten Aus unbestätigten Quellen geht hervor, dass der Mond mit 2000 kmh auf die Erde zufaßt. Weiteren Erwählen Achten Sie beim Rumglotzen auf erleuchtete Fenster. Und zum Wetter Sibirien 50 Grad Sahara minus 32 Grad Antarktis frostige 45 Grad Blablabla Murmel Blablabla 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 Die rendered Mond 원�ang Tatsächlich, dass billig gemachte Neuvertonungen von schlechten Hollywoodfilmen immer gut ankommen. Aber ja, ich zeig mein Sohn. Warum nennt ihr mich euren Sohn? Ich bin nicht mal mit euch verwandt. Ach, halt's Maul, ey. Wie dem auch sei, stimmt es, dass ihr euch eines neuen Spruches bemächtigt habt? In der Tat, er erlaubt mir alle Bombs im U-Kass um eine Meile zu entzünden, wenn mir nur ein alter Sack als Medium zur Verfügung steht. Glaube ich nicht. So was gibt's nicht. Wenn ich ein Medium hatte, würde ich's dir so richtig beweisen, mein Sohn. Ja, was ist denn noch? Lord, da kommt ein lebendiger Dill da. Kleiner Pssst, mein Pssst. Leisen hat der Sack draußen. Die braucht dringend was zum durchziehen. Der kommt genau richtig. Boah, bei deiner Fresse kommt's mir echt hoch, ey. Aber, Infiamator! Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Du bist, du Schlampe. Alle war gerade am Kommen, ey. Halt's mal, verdammt. Das Zeug ist jetzt schlimmer, als das Schimmer an deinen Eiern. Und jetzt zu dir. Steh auf, du Lutzer. Wacken? Auf nach Sackwärts, ihr Schwarzlutzer. Nie mehr Bier durch die Nase ziehen. Halt's schon mal als Bier. Leck mich da alle mal an meinen Feindlichen Arsch. Halt's schon mal an meinen Feindlichen Arsch. Halt's schon mal an den Kopf, mit seinen erkrankten Jungs und euch. Besonders geil für dich in diesen Wichsen. Am liebsten möchte ich diesen Finger an den Arschlammen. Halt's schon mal an. Halt's, ihr Bastard. Heidnau beginnt das trittragische Trinken. Immer das beste Gras in die Flammen einer Ultra-Bomb-Würft, darf teilnehmen. Um die Kunst des Bons hören sich nun zwei weitere Diels bewerben. Und jetzt, so unter Schwanzvergleich. 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 Right before my eyes. The river looked under my psychosis. Girl, be out of the way. Halt's, inside of my all these ass fall. So pissing every feeling. I miss so much pain. Geht mal, Pauschel. Lüftest du Schwanze? Richtig, ich stehe deinen Blasen. Rrrrrr. Rrrr. Und eures Schwanz wieder ein. Warte für dieses Angubilis da nicht. Rrrr. Rrrr. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil, komm aus Ägypten, das blieb ich direkt an Niel. Zuerst dach ich in einem Ei. Jetzt komm mal her, du Mongo. Ey, lass mich still noch wechseln. Du Regen, das erinnert mich an einen kleinen Jungen, den ich vor drei Jahren gegeben hab. Jeder hat doch so eine Narbe öfter Fressen und so ein komisches Zeug auf dem Sack. Ist doch scheißegal. Ey, zieh mal. Ne, lass mal stecken. Halt nicht. Steht das Angebot mit Blasen noch? Wann immer du willst, Schnecke. Jo, Bitch. Bei dem Motherfucker ziehst du echt den Kürzeren. Hier warten 40 Zentimeter auf dich. Ganze 40 Zentimeter! Oh ja, und zwar genau hier. Oh verdammt! Mach die Gabel weg, die du gestern noch im Arsch hattest! Oh ja! Lass ihn sinken. Jetzt passt mal gut auf. Das hier, das ist meine Elvira. Wir haben uns in Jamaika kennengelernt und es war Liebe auf den ersten Blick. Ich saug euch eins. Ein Kuss von mir und es bläst euch echt die Rübe vom Hals. Ich gebe jetzt mal eine Kussprobe. Außer den Wichsels natürlich. Wichsel. Ja, fickt euch doch! Oh, ja, ich bin mir da... Oh, ja, ich bin mir da... Oh, ja, ich bin mir da... Nimmt, so wirklich verdammte Scheiße und zieht euch das krasse Meiden, Louis 3! Warst du rauchen? Ah, Mami! Girafumum herbe! Die gute alte Vira haut echt noch rein! Der Knack hat unser ganzes Zeug geraucht! Ey, warte! Halt's los, Niggo! Aber echt? Ich könnte dich auch mal ficken, ey! Ob es gelassen soll! Ist er das? Ich glaube, wie ist es? Sehr's doppel heute, Domino! Heute Abend will ich einen Honey durchnudeln! Hast du wohnt? Es läuft nicht zwischen euch beiden! Ach, der hat mich mal vor drei Jahren Zissi von hinten genommen! Das war mein Siegerständchen! Ja, kackfotzen! Kann alle nach Hause gehen! Ja, ich werde Faller Wenner sein! Kann ich aber das ganze Gras in der Hutte haben, gell? Ja, kackfotzen! 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 Gebt euch mal diese scharfen Kurven! Ja, der größere Titler als ich! Huch! Ach ja! Das ist die Flamme meiner Ultrabomb, in der ihr eure Weed-Typen kicken sollt! Diese werde ich mir dann übelst reinziehen, bis ich anfange an meinem Schwanz zu nagen und mir den Popkopf mit Strapsen und Tanker gebe! Wie auch immer, wer beim trittragischen Trinkturnier als Sieger hervorgeht, gewinnt den magischen Pokal des Besäufnisses, der immer voll bleibt und voll Macht! Möge das geilste Chaos den Sieger wählen! Wir perpend euch mal sie auf, weil es gut läuft. Sie können die Reden und Kacken zerbrennen und einfach weg. Sie können die Kraftfahrer aus dem Blick. Der Manifest hat sich nicht außerdem auf der Kacken zu verlangen, SägeBIprang es auch noch Molly vorbeige. Wenn man das denn es jetzt auf der Kacken zu verlangt? Das ist die Haubmalheit.